hallo und herzlich willkommen zum mittlerweile dritten teil der lotus update serie heute wollen wir uns mal ein bisschen mit den aktuellen informationen wieder beschäftigen und heute soll es hauptsächlich um maps gehen da ja auch aus offizieller quelle immer öfter jetzt videos kommen zum lotus map editor und da möchte ich natürlich wieder mal die aktuellen themen zusammenfassen was ist da denn jetzt alles so wissenswert es gibt und aus dem letzten video ist herausgekommen dass es zwei jahr grundlegend verschiedene möglichkeiten gibt maps zu bauen und zwar einmal singleplayer karten die dann wahrscheinlich für jeden also die dann nur für jeden selbst sind wenn man sie installiert hat und da drin wiederum nach realen vorbildern oder fiktive vorbilder und dann gibt es zum anderen großen teil die multiplayer karten die haben dann auch wieder eine unterteilung in fiktiv und reale karten und dort wird es so sein dass es einen eine riesige baufläche gibt also multiplayer für den fiktiven bereich dort wird eine bereich an kacheln reserviert den man bebauen kann und dort kann man dann sozusagen selbst verrechten wer soll dort bauen dürfen und so ähnlich funktioniert das auch im realen bereich dort gibt es die möglichkeit in der open street map also man macht es nicht mit google zusammen weil google da hat lizenzen vergeht und für ein relativ kleines projekt ist es natürlich nicht gerade sehr erschwinglich da sich von google so eine lizenz zu holen und deshalb hat man gesagt man macht das mit open street map die geben sozusagen die karte zur verfügung und wenn man dann ein neues projekt anfangen möchte und man möchte ein reales projekt haben dann kann man sich sozusagen einen kartenbereich reservieren wenn der noch nicht reserviert ist also angenommen man möchte ich jetzt dresden bauen und dann geht man in diesen map editor und markiert den bereich dieser kacheln die man gerne verbauen möchte also man möchte und sage ich mal nur die südstadt bauen angenommen den den süden von ich weiß ja nicht wie es genau heißt aber angenommen möchten jetzt nur den südlichen bereich von dresden dann geht man dorthin und reserviert sich diesen bereich wenn der nicht schon reserviert ist und kann dort losbauen das wird vielleicht noch mal irgendwie genehmigt damit nicht einfach einer losgeht und sagt hier ich habe mir einfach die ganze welt aber es gibt theoretisch die möglichkeit in lotus auf der ganzen welt zu bauen und das greift auch alles nahtlos aneinander ineinander über sozusagen also baut jemand in dresden die südstadt hat das alles fertig und parallel dazu hat jetzt jemand gesagt ich baue den nördlichen bereich also sagen wir mal teilen dresden ganz grob an der elbe hat jemand bis an die elbe angebaut und jemand anders hat von vom norden her bis an die elbe angebaut dann können die sich irgendwie vielleicht einigen was ich wäre da noch die oder die brücke über die elbe bauen darf und dann können die sozusagen diese bereiche aneinander anschließen das hat den vorteil es kann parallel gebaut werden es können verschiedene teams dran bauen also man könnte natürlich auch sagen hier einer macht ganz dresden mit seinem team oder sind eben diese beiden verschiedenen teams man hat dann so ein bisschen verschiedene baustelle wenn man sich einigen kann kann man das irgendwie verbinden und dann kann man praktisch mit dem lotus komplett durch dresden fahren obwohl es von verschiedenen also verschiedene bereiche von verschiedenen teams erstellt wurden so ist der aktuelle informationsstand und dann ging natürlich jetzt so ein bisschen die kommentare ja wer berechtigt dass also wer wer sorgt denn dafür dass ich da auch bauen kann und so also dort soll es wohl grundsätzlich so sein dass man sich diesen bereich reserviert dort wird gebaut und bevor das gebaute online version sozusagen wirklich verfügbar wird im multiplayer dort wird noch mal drüber geguckt entspricht das den regularien also da gibt es auch bestimmte auflagen was dafür straßen zu nutzen sind also was er sich damit da auch an das nächste gebiet angeschlossen wird nicht von der elf meter straße auf eine drei meter straße oder sowas also dass man da sich an geltende verkehrsregeln hält und es ist immer darauf zu achten dass auch wirklich nach dieser karte gebaut wird in der entsprechenden originalgröße also so wie die straßen auf der map angezeigt werden können da gibt es also eine option sich das anzeigen zu lassen auf dem terrain und so wie dort die straßen angezeigt werden so soll dann auch gebaut werden damit wie gesagt alles später zusammenpasst und im endeffekt wenn die community sehr aktiv ist könnte man theoretisch ja ganz deutschland oder europa oder wie auch immer bauen man hätte dann multiplayer eine geschlossene karte das klingt erstmal ziemlich ambitioniert da bin ich mal gespannt wie das umgesetzt wird und ja wollen wir mal schauen wie das dann weitergeht in dem letzten video von captain unbrauchbar war auch schon diese karte kurz zu sehen in der ja mindestens fünf projekte zu erkennen sind die also aktuell schon reserviert sind in deutschland und zwar das am besten zu erkennen ist das berner oberland das in österreich liegt dann haben wir da noch einen bereich um düsseldorf davon wurde auch was in dem video erzählt und dann haben wir edwe das ist noch ein bisschen schwer zuzuordnen auf alle fälle im bereich hamburg bremen bremerhaven irgendwo dort sind also schon projekte im bau wir werden sehen wie es weitergeht mit lotus bin natürlich ja immer dabei euch auf dem laufenden zu halten wird mal gucken was sich da noch so für informationen finden lassen und ansonsten war es das erstmal für diese kurze folge lotus update das waren ja auch schon wieder fast zehn minuten wenn ihr fragen zu lotus habt stellt sie vielleicht hier wenn es mehr oder weniger einfache fragen zu sind zu beantworten dann werde ich die ja versuchen mit meinem kenntnisstand zu beantworten wie gesagt diese informationen sind natürlich auch wieder aus mehreren quellen zusammengefasst und das kann also durchaus sein dass das ein oder andere nicht 100 prozent stimmt es kann natürlich aber auch sein dass im laufe der entwicklung festgestellt wird dass die entwickler das nochmal irgendwie anders machen müssen weil sich irgendwelche programmiertechnischen unwegbarkeiten ergeben haben also das ist der aktuelle stand mein kenntnisstand den ich aus verschiedenen quellen zusammen gesammelt habe ja dann bedanke ich mich fürs zu sehen und sage tschüss und bis zum nächsten lotus update video guckt auch in die anderen videos rein bis dahin tschüss